Willkommen zum Ulmentanz. Wir sind hier am 4. Flussdreieck. Hier findet der Ulmentanz seit zehn Jahren ununterbrochen Stand. Alle, die kommen, können nicht tanzen. Am Anfang waren sehr wenige, aber jetzt sind wir fast immer zwischen 15 und 10 Tänzerinnen und Tänzern. Und heute haben wir uns getroffen, um am globalen Ulmentanz weltweit teilzunehmen.